Generaloberst Viktor Afsalo wurde zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte in Russland ernannt. Generaloberst Viktor Afsalo ist in Russland offiziell zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt worden. Der 55-Jährige sei durch ein Dekret des Präsidenten im Oktober auf den Posten bestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag auf seiner Homepage mit. Bis zum Sommer war der in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine lange sehr wichtige General Sergej Sorowikin-Chef der Luft- und Raumfahrttreppe. Er wurde aber nach einer Meuterei der Privatarmee Wagner kaltgestellt. Afsalo wurde auf der Halbinsel Krim geboren, die nach dem Zerfall der Sowjetunion Teil der Ukraine war, ehe sie 2014 von Russland annektiert wurde. Er selbst hat allerdings nie in der ukrainischen Armee, sondern erst in den sowjetischen und dann in russischen Streitkräften gedient. Die letzten Jahre war er Stabschef und Vizechef der Luft- und Raumfahrtruppen. Seit der Absetzung Sorowikins im Sommer übernahm er bereits kommissarisch dessen Amt.